Jullan hat ein Disconnect. Tja, Leute, dann würde ich sagen, ähm... Mhm. Äh, warte ich einfach mal, ne? Okay. Wenn du einen Thrasher bekämpfst, ziel auf die Augen. Ist eine fette Sache. Wenn du nicht können in den Mund schießt, ziel auf die Augen. User in your channel timed out. Ja, das ist es, was ich an euch schuften nicht kapiere. Ihr wisst, dass der Held immer gewinnt, aber ihr wollt einfach nicht brav verrecken. Mann, zum Beispiel dieser Kerl in New Haven, ja? Die Stadt brennt, Menschen sterben, bla 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 bla. Und der Typ greift mich mit nem Löffel, ahaha, mit nem Löffel. Und ich lach nur und löffle hinter den Augenäpfel damit aus dem Kopf. Und deine Kinder, halt so, äh, 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 und, ach, du hättest das sehen sollen. In jedem Fall ist die Moral von der Geschichte. Was ist dein Nächstenstück? Weiß ich ungefähr das. Beim Ende. Ah, ich trink dir auch den Zettel auf. Die Aufnahme, ähm, in der ist abgebaut, weil ich rausgepackt bin. Ja, ich hab's gemerkt. Äh, bist du schon weitergefahren, äh, weitergereizt? Ich bin an der Reisestation weiter. Ah. Oh, kurz und stift. Warte mal kurz. Ich muss mir nämlich aufschreiben, dass ich Ende von der ersten Audacity-Aufnahme... weg muss. Weg muss. Oh, oh, oh! Ah. Oh, Bordermass. Ob wir noch eins. Oh, das ist jetzt nicht. Oh, das ist jetzt nicht. Ende. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Ich weiß nicht, warum das nicht weitergeht. Oh, das ist schon mal. Das ist ein gekickter Bruch. Warte, achso, jetzt habe ich X. Möchtest du ihn hier in der Hauptbahn? Ja. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Ich weiß nicht, ob es auf geht. Das kann ich die ganze Zeit noch aufnehmen, ne? Ja, ich schnibbel das schon raus. Keine Ahnung. Borderlands... Aufnahme... 2 Aufnahme... Icon... 1... 2 2 2 3 4 4 5 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 6 5 7 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 15 15 16 15 Ex-Nili verkackte Waffe. Nope. Jaaa. Ernsthaft, du stirbst auch alle 10 Meter. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ah, ich hab die falsche Waffe. Ah, schon besser. Wo ist denn der gewesen? Korrosionswaffen, ne? Ja. Aua. Aua. Na, da sind, ähm, Architekten. Nico, da oben ist ne Ding. Ja, hier sind Kampfarchitekten, du Spasti. Ja, schön für dich, die sind scheiße. Boah, Alter, die Granate ist so viel Müll. Woaa. Hast du gesehen, wie ich im Flug verweckt bin? Lass mich noch ein klein wenig länger tot sein. Okay, ist doch nicht so geil. Brauchst du Hilfe, Nico? Ja, eigentlich schon. Renn mal weg. Ich crouche mal zu dir rüber. Okay, bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Keine Muni. Ja gut, ich werde sterben. Ich finde mich jetzt schon mit dem Tod ab. Ist das nicht toll? Ja, ich werde auch sterben. Ich habe keine Raketenmacher-Muni mehr. Und ich bin tot. Tja, wundert mich nicht. Du bist halt einfach ein Noob. Was sagst du? Ja. Das war gerade mega laut. Ich nehme mal ein Auto mit. Du kommst da nicht durch, da ist eine Barrikade. Das denkst du. Der Glauben an die Menschheit. Nein. Okay, warte. Wenn ich jetzt noch ein zweites Auto spawne und das irgendwie taktisch ramme... Nix, warte. Lass es versuchen. Komm mal, komm mal zurück. Dann kriegst du es nicht rüber. Ich habe es schon versucht. Ja, irgendwie kriegt man es schon rüber. Stellst du dich vorne dran oder sowas. Was ist denn das für ein Fähig? Ich habe dir gerade noch einen neuen Kumpel beschafft. Danke. Kannst du mir helfen? Alter. Du bist gerade richtig so im Buckcake-Shit drinne. Ist jetzt weniger mein Problem. Ja, doch eigentlich schon. Willst du überhaupt, dass ich dir helfe, Alter? Ich bin der, der öfter verreckt. Läuft gerade nicht so, ne? Wir sind ein taktischer Vorgehen, glaube ich. Ja. Nicht draufrushen. Jetzt stirb doch, du Kack-Gunloader. Weg mit dem. Okay, nochmal rein. Ja, ich mach mal den Architekten-Tot, dann bin ich bei dir. Ein Rückzug ist auf jeden Fall angesagt. Boah, Alter. Ich snipe die Scheiße jetzt weg. Ja, mach ich auch. Warte, wir können doch bei den großen Loadern die Arme abschießen. Bei allen Loadern die Arme abschießen. Der geht nicht ab. Alter, ich hab 50 Leben. Äh, kannst du mich schnell holen? Das ist gar nicht geil. Krieg ich mal hinterher in die Deckung, du Vogel. Jo. Oh, die umlaufen uns gerade. Ja. Die Flankierung. Alter, das hast du mal ein bisschen länger zu leben als zwei Sekunden? Er hat eine Bombe gemacht und die hat mich erwischt. Äh, der schießt auch grad Raketen, glaube ich. Ich hab immer einen Facelock von denen. Facelock, der haben die gar nicht. Ähm, ich hab immer die Agro auf mir. Ich muss im Weg bleiben, Nico. Ist so verkackt. Okay, wie viel Schaden. Woll mich mal. Verkackst dich wieder. Alter, was kannst du eigentlich? Alter, ich bin direkt gestorben, ne? Da hinten kommt, der hier. Ja, ich bin weg. Ja, ich auch. Mal wieder. Woll, vielleicht schaff ich's noch. Ja, ich leb noch. Hast du ihn gekriegt? Ja, Mann. Mit was? SMG, aber erst auf die letzte Sekunde. Ja, ich riss auch mal ne SMG aus. Ich hab drei Magazinen drauf gehauen. Äh, ich hab ne bessere neue Sniper. Ich bin ne Flug grad gestorben und wiederbelebt worden im selben Flug. Ich nehm mal auch ne Korrosions-SMG. Okay. Alter. Da hab ich nämlich noch Muni drinne. Äh, ich hab ne neue Sniper, die zieht 4000 bei mir. Fette Sache. Willst du mal testen? Sag mal kurz, äh, meine zieht 3200. Ja, gib mal her. Ich hätte gerade die da. Jaaaa, die ist besser. Gibt's die mit ne? Auch so ne Feuerrate. Willst du meine? Jaja. Mal sehen kurz, wie die aussieht. Alter, ich hätte noch eine... 3130 am Stissel. Ja, macht mehr Damage. Nicht viel, aber... Ja. Das heißt, ich hab dir jetzt grad voll die OP-Sniper gegeben, ne? Yep, aber da ich mehr Sniper als du, bringt's auch was. Team Gesundheitsregeneration plus 72,1. Für dich. Ein Sirene-Klassen-Mod. Joa, juck mich jetzt nicht so. Jawohl, gib mal her. Okay, so... Pack ich mal drauf, dann sterb ich noch weniger. Alter. Was war das denn für ne Scheiße? Fuck, komm, Hotloader. Da ist die Schro... Ah ne, das ist... Die hab ich schon. Okay, was ist das? Plus 3 Waffenmagazin-Größe. Neee... Oh mein Gott, ist die Feuerrate scheiße. Ich fühl mich grad wie ein Black Ops. Ich treff einfach nicht. Granate! Und so hinkaduckst du dich. Dann schießt die Waffe besser. Aber alter Korrosion ist echt ziemlich, ziemlich gut. Die Waffe macht halt 1,5 mal so viel Korrosionsschaden, wie der allgemeine und der normale Schaden. Für Kommando. Und... Einen für mich! Oh! Gesundheitsregulation, Schuss... Schussschaden, Schildkapazität runter. Hä? 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 Wo müssen wir jetzt hin? Da oben drauf gibt's ne Ding... Oben drauf gibt's so ne... Kiste? Gibt... Du musst erst noch den Strom abschalten. Och... Ne, nicht schon wieder so ein Teil. Wie schießt denn die? Ja, die schießt langsamer als vorher, aber das ist auch besser, dann zieh... Dann zieh... Dann zieh ich besser. Weil ich hatte vorhin ne Schnellschusssniper, die hat halt, äh... Ungefähr genauso viel Schaden gemacht. Das ist auch meine alte. Ja. Ne, ich glaub nicht. Oh, die schießt aber echt schön, das muss ich sagen. Was? Wegen was? Ah... Mein Gott! Boah, das geht ja gar nicht klar. Wir haben meine Schöne gekippt! Und... Nein, was ist das? Ah... 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 Ich hab noch mal keine Muni. Ok, hat Markus. Kriegt ein Konstruktor auch mehr Schaden durch ein SMG? Mit Korrosion? Ja.